Hey Leute was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode In der letzten Folge, ja Sind wir runtergefallen Nachdem wir die Everserves gefunden haben Eine Art unendliche Quelle Ein Huhn was Spawn Eggs Fabriziert Ich weiß es nicht, auf jeden Fall wurden wir runtergeworfen Aiden hat uns überlistet Und jetzt versuchen wir wieder nach oben zu kommen Jesse ist ziemlich gut im Fast Bridgen Also halt, ich bin sehr gut da Das sieht ein bisschen weird aus Diese Animation, aber nur will ich mich darüber jetzt mal nicht beschweren Das ist ein Gast Okay Ich mach das mal ein Stück bei mir noch lauter Das sieht nicht so gut aus für die City Aber jetzt hat die Stadt eh kaputt Meint ihr, ich krieg noch ein bisschen Gold von denen Hallo Ganz so wie es aussieht, eher nicht Oh mein Gott Okay Random Ich bin ein bisschen erkältet, echt tut mir leid Kann es nicht ändern Hey, das fände ich wichtiger, theoretisch Ich meine ja bloß Ja, ihr seid ein bisschen down Easy Leute Easy Da ist Dreck auf der Linse meiner Kamera Ich weiß, ihr seht das nicht Weil das ist daneben Aber ich sehe es und es stört mich Ich glaube, das ist schon Stellt euch vor, jemand würde euch jetzt erzählen Also es ist wahr, was er erzählt Unter uns gibt es eine Welt, wo andere Menschen leben Ich glaube, das wäre genauso Ich finde schon sehr Skurril Dass man darauf nicht kommt Ich habe zur Seite gedrückt Ich habe einen Controller Drift Schon länger Eivor Thanks, man Ich liebe dich Dankeschön Krank der Unsichtbarkeit Bitte die Rüstung auch Ja, die Rüstung auch Wir rennen einfach mal durch Hält das nicht normalerweise mehrere Minuten durch So ein Trank Ich weiß es ja nicht Aber nun gut Boom Wir wollen ja episch wirklich Das ist ein Creeper Oh man Okay Das war schon in der letzten Folge nicht witzig Glaube ich zumindest Ich weiß gar nicht, ob die letzte Folge schon online ist Kann sein, kann nicht sein Keine Ahnung Heute ist der 19 Give me the pig The pig Give me the chicken Nicht das Huhn Dude Ähm What Halt, 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 halt Halt Halt, halt Nicht dein Ernst Ich muss ganz gut Nein Leute Ich hoffe es ist jetzt besser Also nicht wirklich Aber ein bisschen Es tut mir leid Dass ich so extrem übersteuert habe Am Anfang Ich wusste nicht Wie mein Mikrofon eingestellt war Ich hätte es Ja Also Ich hätte eigentlich damit rechnen müssen Ich Ist es so besser? Ne auch nicht Ich muss Ich muss es schon weiter weg machen Wenn ich das richtig sehe Es tut mir so leid Leute Nein Warum Warum Okay Ich werde jetzt ein bisschen mehr darauf achten Wie das hier links aussieht Oh mein Gott Auf die Seite Erstmal Es tut mir leid War das noch ein Stück leiser Ich glaube so ist okay Also wenn ich so reinrede Kann man sich schon echt extrem laut werden Okay Es tut mir leid Leute Es tut mir wirklich wirklich leid Ach man Uiuiui Setzt du dich im ersten so was kannst Man Ich drück Ich drück Ich drück Und ah Und bam Ich weiß nicht Ob ich dafür Copyright Claim kriege Du Wir hatten das gerade eben schon mit einem anderen Place So schwer war das nicht Seit wann können die so stylisch fliegen? Da regnet es Tja Schade Aber nun gut Warum Es wird so laut Es kann doch Also ich sitze Ich habe nichts geändert an den Einstellungen Ich sitze jetzt einfach hier Und ich sehe Ich sehe Dass es die ganze Zeit Permanent rot ist Warum? So Ich habe es jetzt noch ein kleines Stück runter gedreht Leute Es tut mir wirklich leid Es tut mir leid Ich habe nichts geändert Ich weiß nicht was los ist Aber ich Also Keine Ahnung Ich würde ganz gern nachgucken Das Problem ist Also ich habe Ich habe theoretisch Ich habe mich was geändert Und zwar Ich habe es ausgesteckt Dadurch dass ich es ausgesteckt habe Wieder erneut eingesteckt habe Wäre es im Bereich Was? Wäre es im Bereich des Möglichen Dass es vielleicht Theoretisch Dadurch irgendeine Umstellung gab Aber eins Was mir jetzt aufgefallen ist Ist dass das Ganze Ein bisschen Leiser ist Als vorher eigentlich Und nicht lauter Ich weiß nicht Wir machen jetzt erstmal weiter Es tut mir leid Dass ich gerade diese Szene unterbrochen habe Es tut mir leid Ich hoffe Mein Mikrofon stimmt jetzt alles wieder Ich mache mit der Kamera nichts Ich laufe nur nach vorne Jetzt laufe ich gar nicht mehr Jetzt mache ich alles von alleine Ja ich gucke jetzt die ganze Zeit Nach links natürlich Um zu gucken Ob es auch bloß funktioniert Es geht hier nicht ums Gewinn Dude Oh Gott Oh Gott Ich habe halt so etwas falsch zu machen Ich habe Quicktime-Event schon immer gehasst Bitte lass das Schwert runterfallen Yes Perfect Das ist eine ganz schlechte Idee Das aufzuheben Nein? Okay Hätte sein können Das wird uns jetzt überlissen oder so Jetzt sagt mir aber bitte nicht Dass das die ganze Episode war Ich hoffe er escaped Und es geht mit der Story weiter Wäre sonst echt weird Wenn nicht Du hast es gemacht Das war's Ich bin sicher Ich bin sicher dass du diese Art von werdetst Ich bin nicht der Ich bin sicher Es geht Wenn du ihn Tschüss. Ähm, also... War das jetzt böse? Also ich würde das moralisch so vertretbar finden. Andere Menschen würden das jetzt... anders sehen. Aber ich sehe das so, das war richtig, wie ich gehandelt habe. Fertig. Das passt schon. Nun gut. Aber mal schauen. Ja, kommt vor. Doch, wie haben es alle so ultra entsetzt? Und das Game, wie ultra laut das ist. Wirst du nachher im Schnitt wieder leiser machen. Das ist wieder so viel Arbeit für mich. Diese kranken 20 FPS, die dieses Game teilweise aufweist. Der Wahnsinn. Wir können einfach runterspringen. Bin ich auch für for real. Da ist Land. Da ist Land. Nun gut. Ich werde sterben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so... Ich weiß, ich weiß, dass da unten Land ist. Ich weiß, dass wir mit dem Wasser ganz easy runterkommen. Ich habe trotzdem ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, das tat weh. Wieso muss ich eigentlich als Held immer vorausschwimmen? Wir fallen. Jetzt lustige Fallanimation. Nein, bitte nicht. Denk nicht mal daran. Du brauchst Zeit zum Aufnehmen heute. Da frage ich mich doch ganz im Ernst, was die Leute jetzt so von ihrer Gründerin halten. Wobei, woher soll sie es wissen? For real. Geht und findet was Holz. Ja, ich fände es gut, wenn ihr den mitnehmen würdet. Mach mal ganz kurz eine Etage höher, dass ich mir ganz so nach hinten... Sie verdienen es. Ich fühle unseren Charakter schon irgendwie so ein bisschen. Also, er ist schon bad, so. Aber nun gut, was will man machen? Atención! Atención! Hallo, hallo, everyone, please. This is your Founder speaking. Now that we're all safe, we need to organize. Start planning our new community. Are you listening to yourself? That's insane! We were prisoners long enough on that island in the sky. It is time for us to run free! Build whatever we please! Wow! Those two just cannot get along. Jesse, I cannot allow my people to be influenced by this naive Idealist? Natürlich! Lass doch einfach bauen! Ey! Also, theoretisch ist das ja wieder echt, weil ihr braucht ja für alles eine Baugenehmigung. Die Monsters kommen raus! also jetzt mal ganz im Ernst. Ja? Oh, ich glaube, so ist okay. Ähm. Seid frei! Beides ist möglich. Beides ist möglich. just run around with no plan, but you can't schedule an either. People need to be free to try new things, but you've got to be safe about it. I suppose I still have much to learn. Thank you, Jesse. I don't understand yet, Profi. But I trust you. Well, Jesse, I suppose the era of Sky City is over. Hey. We may disagree about how to run this place, but I thank you for everything you have done. I guarantee that we will be telling stories about your visit for many, many years to come. The day that Sky City will be over. I mean, I'm a little bit sauer of the Gründerin, weil he's a little crazy and you don't always have to go on, but he really doesn't care about it. Yes, I'm starting to see that and I will do my best. You know something? She was a little scary at first, but she's alright. I'm gonna miss that crazy guy. That's always a little crazy guy. Also was wäre, wenn jetzt Aiden dieses Portal wieder benutzen würde? Du wirst sie nicht essen, oder? Eilassen, obviously. Oder nicht? Ja, macht Sinn. Ja? A lot of adventures ahead of us. Well, there goes the Eversaurs. Off to cluck and pack at seeds for the rest of its valuable life. Das sind Pigs. Ruben. Wir decken alle an Ruben. No, I just... I saw those Pigs. You know. Oh. Yes. He would be really happy to know, you're still having adventures like this. No, also. Ich würde sagen... Ich glaube nicht, dass das Zeug nach Hause führt, weil das ist wie mit End of Nether Portal. Wie mit Nether Portal. Je nachdem, wo es steht, kommt man halt woanders raus. Aber wir warten mal ab. Hückeln nicht. Uitestock ist kein direktes Schaß. Although, I wonder what would happen if you put that tiny crown on a different chicken? Weissé nicht. Come on, guys. Let's go home. Boom. We don't Axel and Olivia here where we've been. They'll never believe... It... That's... not what I was expecting. Erstmal fehlt der Ton Danke dafür Spiel Okay, also Was war das bitte für ein Raum Nun gut, jetzt laufen die Credits halt runter Das ist dieser Raum Und wir gehen da immer in ganz viele Okay, wir haben aber nicht mehr so viele Episoden vor uns Als nächstes kommt Episode 6 Und ich würde sagen Da starten wir doch bestimmt in einem weiteren Video rein Wenn euch das Ganze gefallen hat Zeigt es doch gerne mit einer positiven Bewertung Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder Wenn wir durch das Portal des Mysteriums gehen Tschau Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.